Seit ihrer Gründung ist die Europäische Union für die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem eine Erfolgsgeschichte. Sie sorgt dafür, dass wir einheitliche Regeln haben, für die Bürger, aber vor allem für die Unternehmen in Europa. Und wir Verbraucherinnen und Verbraucher können davon profitieren. Zum Beispiel dadurch, dass wir mehr Geld in der Tasche haben. Denken Sie an die Abschaffung der Roaming-Gebühren für Telefonkosten. Wir profitieren durch mehr Sicherheit im Alltag, zum Beispiel durch hohe Lebensmittelstandards, die in der gesamten Europäischen Union gelten. Und wir können auf hohe Verbraucherrechte vertrauen. Die Datenschutzgrundverordnung garantiert den Schutz unserer Daten quer durch Europa. Und darum ist die Europawahl im Mai 2019 ein wichtiger Meilenstein für die künftige Entwicklung der Verbraucherpolitik in Europa. Damit die europäische Erfolgsgeschichte aber weitergeht, brauchen wir eine starke Europäische Konvention. Starke Politikerinnen und Politiker, die sich für Verbraucher in Europa einsetzen. Viele Themen, wie zum Beispiel die digitale Welt, sind national nicht mehr vernünftig zu gestalten, sondern europäische Regelungen machen hier den Mehrwert aus. Die europäische Politik und ihre Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass Europa nicht nur ein Absatzmarkt für die Unternehmen ist, sondern dass die Interessen von Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt gestellt werden. Wenn uns das gelingt, dann kann Europa mehr für uns erreichen. In dem Sinne wünschen wir uns eine starke europäische Verbraucherpolitik. Das ist eine starke europäische Verbraucher, die sich für Verbraucher in den Mittelpunkt gestellt hat. Vielen Dank.